Hey Leute, hallo und willkommen zurück bei Grounded. Hey! Mit dabei ist der Marcel. Hallo Marcel! Hallo! Hi de ho! Ja, als erstes erklär doch mal schnell, wie das miteinander zustande gekommen ist, würde ich sagen. Weil das hat ja Ewigkeiten gedauert, bis es denn endlich geklappt hat. Während ich jetzt mal trinken gehe. Das ist die Massi-Magie. Nee, nee, es hat ja echt Ewigkeiten gedauert. Wo ist denn jetzt hier der Fehler gewesen für den Fall, dass andere das auch haben? Kannst du das erklären? Als erstes ist das der Game-Attack, den hatte ich eigentlich schon mal geändert gehabt. Allerdings hat er, ich habe zwei Microsoft-Konten, einmal Firma und einmal privat und der hat mich automatisch in meiner Firmenadresse eingeloggt, wo ich aber noch Bartholomäus hieß. Ah! Also wenn ich aber eingeloggt... Also wenn ich aber eingeloggt... Ah, alles klar, verstanden. Nö, ich habe die eine einfach für beides genommen, aber ich wollte mich lieber getrennt haben. Okay. Und als ich mich jetzt mit meinen neuen eingeloggt habe, hat er aber die alte wieder genommen gehabt. Aha. Okay. Jetzt habe ich ja wegen Sea of Thieves dieses Xbox-Charakter installiert und mich dann mit meinen neuen angemeldet. Ja. Ja. Und da habe ich gesehen... Oh, Marcel, 85 MB. Okay. Und voila, er hat es gleich umgeändert. Ah, ja. Und ich weiß, er hat ja, er kommt, Leute. Leck mich doch einfach mal hart, ja? Lang und quer am Sack entlang, jawohl, ganz genau. So, wir haben schon lange nichts mehr am trockenen Gestell gehabt, aber nicht so schlimm. Ich gehe mal rein in die Kiste. Oh, die Kiste voll ist, Junge! Ja, ja. Die Kiste ist voll! Ja! Da gehe ich doch gleich so... Geht doch jetzt auch kontrollieren. Ja, dann ist es leer. Nö. Ja. Ansonsten, was ist noch neu? Wir haben den Jay wiedergefunden. Hi, Jay! Wer es nicht mitbekommen hat, der ist hier, keine Ahnung, irgendwo auf der Map gewesen. Den hatten wir zwischendurch gefunden und jetzt auch inzwischen auch wieder zurückgeholt. Jo. Und warum bin ich heute nicht live? Ganz einfach. Äh, Xbox-Netzwerk macht ewig Probleme, wenn ich live bin. Und dementsprechend mache ich das jetzt so. Ähm... Ich sage, Xbox-Netzwerke mag deine Internetverbindung nicht. Weitere nicht. Ja, was auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich unflexibel, muss ich sagen. Jo. Was haben wir heute vor? Wir haben drüben ja an der Vorgetränke unsere Base gebaut. Also unsere neue. Viel größere. Wir wollen ein bisschen was umräumen und so weiter und so weiter. Und vielleicht noch ein paar Nashornkäfer moppeln. Äh, was wollte ich machen? Ach ja. Meine Rüstung wechseln. Das heißt... Nö, eigentlich nicht. Nein. Nein. Wir wollen die Nashornäder doch noch verprügeln. Ja. Jo. Dann lasse ich die Rüstung an. Jo. Okay. Jo. Wollen wir noch kurz noch auf unsere Betten rübertragen? Äh... Gleich, gleich, gleich. Warte. Äh... Ich wollte noch was aus der Tasche rausholen. Muss ich wieder runter. Och, Maureen. Och, Maureen. Ja, ist selten. Ich weiß, ich weiß. Äh... Moment. Da, Waffen. Äh... Endlich hat man hier ein bisschen Platz. Super. Klasse. So, rüber mit dir. Hopp. Und was noch? Was wollte ich noch rüber? Äh... Das kommt da natürlich nicht dran. Hm, hm, hm. So. Da schmeiße ich jetzt einfach da rein zur Freude von Marcel. Da freut er sich jedes Mal. Oh, Marcel. Hihi. Wenn er aufräumen darf. Jo. Ah, die lasse ich hier drinnen. Man kann nie wissen. Aber das kommt auch noch rüber. Jo. Pfeile müssen wir mitnehmen. Pfeile. Hey. Sie hat ja gerade voll den Arsch in die Kamera gehalten. Und was war... Ja, hab nen schönen Arsch. Äh... Das ist ein Kinderarsch. Da guck ich nicht drauf. Das will ich nicht. So, meiner und meiner schön. Was? Anderes zu sagen, oder was? Was? Oder hast du Kinder, ja? Nein. Hast du Kinder? Nö, das nicht. Also, ich habe Kinder. Ja, ich habe. Aber hassen tue ich sie nicht. Hm. 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 Also... Leute, gebt mir eure Kinder. Ich habe kein Problem damit. Boah. Gerne auch drei oder vier. Wenn sie völlig verstört wiederkommen, liegt es wahrscheinlich daran, dass sie irgendwo festgebunden habe. Äh... Ja, Alter, du machst es grad nicht besser. Weil sie mir doch auf die Nerven gegangen sind. Weil sie mir doch auf die Nerven gegangen sind. Oder ich kaufe dir ein paar Blechtrommeln und schicke sie dann zu euch nach Hause. Äh... Jetzt habe ich den Plan verloren. Was würde ich jetzt machen? Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Essen holen. Essen. Halt! Mist, wo ist die Essenskiste? Oh. Oh. Was? Oben? Ja, also oben. Obere Reihe. Wir haben geändert, dass man nicht mehr auf die Kanten rauf springen kann. Das ist so doof. Hm. Hier oben. Ah, ja. Da. Sehr gut. Das ist ja echt blöd gemacht. Das kannst du mir gleich mal zeigen. Ich weiß nämlich nicht genau, was du gerade meinst. Nehmen wir das. Haben wir gerade nicht. Geht? Nehmen wir mal so. Das geht auch. Jo. Das ist eine super Sache. Und essen muss ich sowieso. Das heißt. Oh. Ich muss schon wieder ins Inventar. Verdammt. Ich würde das ganz gerne mal wieder so haben. Wollen. Oder? Ne, eigentlich ist das doof. Ne, ist egal jetzt. Eigentlich ist das egal. So. Auf jeden Fall essen. Ich bin hungry. Achso, die Pilze hatte mir reingetan. Na ja, gut. Okay. So. Wie sieht es aus? Was wollen wir alles rüber tun? Ne, nur die Betten. Achso. Dann komm mal kurz raus. Jetzt zeigt die hat. Deswegen wollte ich hoch. Ah. Genau, genau, genau. Was haben wir gesehen, dass ich hier oben raufbalanciert bin, ne? Ja. Ja, ich ja auch. Wieso? Fett runter. Du, dein ist drauf. Schön. Was haben Sie geändert? Gut. 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 nicht richtig was ist denn richtig hüpfen moment geht das wenn man nicht muss ich zeigen geht nicht okay immer dieser klugscheißer verdammt derjenige der hostet er kann das ja komischerweise in 1 durchschleppen ich verstehe auch nicht warum aber so ist also nehmen wir es mal so hin so ne ich schlafe hier habe ich mir überlegt ja hier ist die umgebung schönen ich baue hier so richtig schön und hallo ist es wobelschaften surface jaja einstig zu den wänden sicher kommen wir allerdings irgendwie anders vor ist der kleine oder große bruder ich bin der größte ach so richtig hast du erzählt ja ich würde sagen der bruder hatte nicht zu lachen ich war relativ nett zu meinem bruder immer bei beim letzten hat sie nur von einem gesprochen ja da hat mich ja gerade nur der eine genervt also da ging es halt nur um den einen alles klar das sieht ja hier aus aber von neben und gehen halten beide nichts außer von neben da sind beide gut das übliche halt ne bruder das sieht ja aus wie eine folterkammer da unten wird noch ein bisschen umgestellt da ich wollte erstmal alles sachlich drin haben ja zweite etage ist küche und so ja und hier oben haben wir unser schabstimmer deins ist hier super können wir noch nicht mal aussuchen das ist ganz klar ein großer bruder hier ist völlig klar und auch noch unordentlich und alles muss man selber machen mein tür gesicht alles muss man selber machen man 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 ich gucke mal das andere wahrscheinlich hast du auch das größere und meinst du meinst du meinst du rein wo ich will ja genau ne quatsch wie theoretisch hast du das größere na also geht doch läuft mal gucken wie kann man will seine ecke ist bei die müssen mehr drin ok also das ist das gehört dahin dachte das ist in der wand verschwunden da oben links an der ecke ich glaube so gefällt mir das schon jetzt müssen wir noch die nachtschränke bauen ja dann will ich mir noch was und so weiter im türen gesicht drüber so mal gucken wie es hier aussieht wie gesagt kommst du nicht mehr drüber da haben sich noch eben auch drüber gesprungen ja weil die tür aus rüber geflogen ist naja wahrscheinlich hier gefällt mir nicht drum ist schöner weg 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 jetzt aber okay man ist hier am schreien sehr schön da steht der gerät genau das muss ich auch noch umstellen die base ist ja jetzt so drüben wollen du musstest ja das kann ich denn dafür ich war verhindert ich habe einen guten grund gehabt dass ich nur nicht konnte so ein frecher so ein freches bückstück gibt es doch nicht unglaublich was dauert er ewig mein gott ich hätte später kommen sollen wir das auch schon fertig war nein das wollte ich nicht so wissen kann man hier entspannt mit einer hand laufen weil man hat ja die taste n wie nach vorne ach so ja könnte man tun aber tue ich nicht so hast du die hand halt für was anderes frei ja 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 ich habe schon nervöses denkt solange nichts unvorhergesehenes passiert ist das auch richtig da funktioniert es dann ist das alles in ordnung aber aber ich habe es in anderen spielen auch schon gehabt da ist irgendwas unvorhergesehenes passiert also etwas was ich nun gar nicht wollte und dadurch dass das dinge da die figur ja automatisch gelaufen ist ja ist er eben halt gelaufen und ich konnte nicht korrekt reagieren so wie es sein sollte also nicht schnell genug und ja wie soll ich sagen das ging schief und wollte ich nicht seitdem laufe ich einfach direkt richtig korrekt so wie man es halt macht kommt immer die spieler und die situation naja klar also der koi wird hier nicht über unsere brücke rüber springen und uns einsaugen also hier dürfte eigentlich nichts passieren aber von der sache an sich halt ne au mist oh ich bin noch aber dran vorbeigelaufen oder nicht na klar ja ok also auf dem trampolin selbst musst du gar nicht sein und das trampolin haben sie jetzt mit einem schicken grünen pfeil versehen da geht es nach oben ja das ist für jace gemacht für diejenigen die sich nicht erklären können was ein spinnennetz da soll vermute ich na gut auch nicht schlecht kann man machen muss man nicht ja ansonsten warum reden wir hier über änderungen wir sind in der beta version und zwar das update das neue ein paar sachen haben sie geändert ist richtig schön geworden und da leider im live stream von jetzt aus gestern von da an wo ihr sehen werdet vorgestern leider sehr viele unschöne ja das bild leider unschön ist tut mir sehr leid ist nicht so toll geworden weil wir viel im dunkeln unterwegs waren ist dann leider auch nicht so viel zu sehen müssen wir auch gleich warten wegen schlafen weil es ist schon halb fünf ja aber lassen doch schnell hier die die haustier hütten rüber bringen würde ich sagen jeder eins wird noch ein bisschen komplizierter die fücher dann darüber zu bringen ja das macht nichts das ist mir egal das macht zugleich wo ist ja du stehst draußen wird ja eigentlich nicht eigentlich drin interessant ich habe sogar gestreichelt ja wir sehen aber nur aus als hättest du einfach auch den boden gestreichelt schöner bohnen so feiner boden so den boden mag ich so wir kommen erst mal raus da das kommt das kommt ja seine geliebte treppe der mir jetzt der will irgendwie nicht weg können sehen ja egal dann hole ich ihn später was soll's hast du ihn auch mit e angetriggert ja eigentlich schon also jetzt nicht mit e gedrückt hatten sondern mit e ja du hast einmal e für haustier und einmal e für mitnehmen ich habe hier ganz woanders gestanden wird hier los ja hab ich die doch gesagt nee aber schon wieder ja das leider nicht gucken wie der ping aussieht schlecht nicht gut nicht gut wie was gut zusammen hier schon kommen alles muss ich wieder selber nein ich hoffe der kommt auf den ast hier rauf wenn nicht das wäre schlecht doch kommt jetzt kommt sie darunter kommt sie darunter hallo hallo ja 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 jetzt kommt er aber da vom ast hier runter ja das ist löstbar garantiert das will ich doch gar nicht ja dann würde ich sagen nehmen das häuschen jetzt einfach mit der rest wird sie zeigen der rest wird sie zeigen ja wow genau hier ist einer der gehört nicht zu uns mir kommt juhu irgendwie hat es dann doch geklappt sehr schön wie machen wir denn das jetzt ja das ist eine gute frage schubsen können wir ja nicht leider ja ja da müssen wir von hier unten eine treppe hoch bauen notfalls oder genau bau doch da eine treppe hin das ist doch eine idee und wo ist er da hin kommt ja ja ich brauche noch ein stänger dann hoffen wir mal dass die treppe funktioniert also bei mir im zimmer liegen zwei stängel rum im übrigen ja aber ich nehme dir unten ist und dann scheiß selbst weg so wird es auch schon mal da in warteposition dass er rein kann ja aber es ist halt blöde ist er geht jetzt aber nicht weg so was ich nicht bauen kann also schlecht da komme ich gleich wieder und latsch noch einen kleinen moment ein kleines stückchen nach unten ja ich stelle das erstmal hier ab genau nein das wollte ich doch gar nicht nein krass du bist der schlauere von euch beiden ja der vorteil ist ich bin dann unten was macht mir läuft er läuft zu mir nein jetzt ja na zeig doch so wirst du wohl dann kommt komm komm ja na also ideen muss man haben war ja 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 ich hab's halt drauf na ja 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 und jetzt kacken sie an der tür ab ganz haft und jetzt kommst zurück kommst du her da muss die tür weg aber ich schätze das geht nicht ne oder doch 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 na gut ne ich dachte gerade ebenso an die blaupausen weißt du so schwupps ist erstmal alles weg das habe ich nämlich noch gar nicht ausprobiert wie man hier was einfach wieder weg nimmt x gedrückt halten ja nein wegnehmen klar aber ob das möglicherweise passiert nur jetzt hat ein problem kommst du komm komm im übrigen ich muss trinken ich muss mal wieder trinken komm her komm her komm her komm her na was die ablegen ok hm nö und warum doch doch die idee ist gar nicht schlecht da hinten ist das der grill ja dann machen wir das so und hier und da ne zack zack so mal gucken oh da haben die hier fressis ich finde das sieht gut aus so und auch drinnen ablegen ne ja ja und haus hier ablegen sehr schön mhm diese haus hier nehmen was wüssten was hallo hallo guck mal ihihi cool sieht aus cool 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 ja und freut sich guck dir das an yeah ihihi gut 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 das haben wir schon mal geschafft ja dann würde ich sagen ab zu den betten hoch los ob ja ich suche die tür ich bin dieses mal so durchgelaufen schön selber dingen wie wir würden bei den anderen ja du hast dein viel nicht abgesetzt was was du musst sein äh absetzen ich doch also ins haus setzen ich habe doch gesagt benutzen und dann habe ich gesagt absetzen so jetzt jetzt dachte er mir nämlich haustieren nehmen so also war das richtig er läuft mir nämlich auch nicht mehr hinterher seht ihr das seht ihr das seht ihr das was ich trinken muss jaja so okay der tür muss ihn mal machen das ist schon wieder ein bisschen buggy was denn der will die tür ist nicht rein setzen ja gut das ist nicht das problem aber komisch jetzt unten wo die tür weg ist gehen die türen die funktionieren nein ich meine dass man durchläuft einfach mit durch springen das war im haus hier auch ja gut dann würde ich sagen für das erste ist das schon mal nicht schlecht fürs erste ist das schon mal nicht schlecht dann gehen wir jetzt rüber essen und trinken und panasona verhauen setzen davon ja das war richtig gut ganz genau natürlich habe ich immer geht so andere mit auch kein beifall nämlich zweimal richtig und du auch so sehr unwahrscheinlichheit sie muss ja höher alles anders ja mit der seilrutsche hier das war eine super idee bin sehr zufrieden und gleich noch die auch gleich wieder füllen wunderbar da wir jetzt so ziemlich alle gerätschaften drüben haben wäre es nicht schlecht wenn wir auch dinge hier rüberbringen die kisten ja kommt alles noch ja ich sag ja nur also nur eben halt nicht jetzt sondern wir gehen jetzt in das verhauen ja auf screen das ist das ist so viel fußarbeit also wie bitte wir sind genau auf die fresse ja ich suche den platz aus ich suche den fassen und platz aus ja ja die radnetzspinner habe ich gesehen keine sorge aber wieder das kleine viel hinter dir nicht wieso ich gucke ich drehe mich jetzt solche um hätte hier so eine kleine spiele das mag sein wenn ich höre ja dass da was hinter mir ist aber dann was müssen wir uns wiederholen oh wir brauchen neuen gleiter was macht sie hier habe ich dir auch gesagt ja die springt hinterher oder was also echt ist ja schlimm jetzt binne denkst du die fliegt ja da gibt es welche die tun das du wirst verfolgt von zweien ja nicht mehr lange was was bevorzug zu weiter laufen oder hauen das nette schauspieler hinten lästig alter vor digga du bist so lästig ja ja ist ja gut ich habe verstanden du sitzt aus dem maul das sieht doch auf hier die rüstung ist echt gut also ich kriege im prinzip keinen schaden also kaum nur jetzt mit einer 2 da sieht es anders aus ich habe mehr bomber und moskito legt mich doch was gibt es schönes schöneres super direkt spinnen da hinten das ist derselbe platz wie beim also beim letzten mal immer mehr angelockt haben sozusagen das irgendwie der kreuz kreuzungspunkt oder so das ist keine gute idee in dem punkt spinn zu vermöbeln sehr gut ein neuer gleiter so ein gleiter ist wieder im boden verschwunden sehr schön hey du hast nur nicht gesehen wo er an irgendwo der andere ist doch hinten rechts was den wasser hier finde ich nicht egal guter nämlich den wasser noch einer wo ich mir noch andere noch einer ja ich habe ja auch noch welche liegen ich auch gleich jetzt habe ich dich man unglaublich stinker weil die ist noch nicht wissen hier und da gibt es einen scab ja gut zu wissen gut zu wissen ach so warte mal wir haben wollen ich versuchen auf den tisch zu kommen muss man auf den tisch noch die nacht zu haben ja ja jetzt haben wir drei gleiter jeder würde sich anbieten ach so diesen tisch meinst du ja auf rück tour ja können wir machen definitiv so diesmal keine wollspinne wie schön ist das denn und kommt doch hoch da los loser mal klappt es und mal klappt es nicht ich hätte gleich gleich gibt es ja das ist derjenige der das auf der stirn hat zeigt es dem anderen schon klar oder wir haben hier eine wissenschaft hin gesetzt ich lass mal da sein ich sag mal so dieses mal funktioniert es nicht ich wollte den umweg mir wuppe was kann es nichts ganz sehr aber davon viel was für ein penner was für ein penner aber recht aber nur am stinken du bist zu sehr gewohnt großer bruder zu sein auf jeden fall ja man hört sich zurückfließen weil eigentlich kommt man nämlich auch hier hoch kommt man ja auch da reinheit ein du musst da ganz rechts so ich bin noch oben ist wie zu was wir zu macht ein haus zwei war los hat sich gesehen hat die zuschauer abends gesehen ja ich habe es gesehen was hast du denn gesehen pro wissenschaft 500 ja wo waren die da wo du sie geholt hast das ist ja nichts passiert ja ich auch nicht ja auch gar nicht brauchen wir die geben ja auch hier die verschleim ich muss aber kurz meine rüstung wechseln ja ich sehe nicht im besseren weg ohne dass es so extrem heiß ist ja gibt es vielleicht so funktioniert super ist nicht so weil man müsste es ja eigentlich gar nicht so heiß haben doch heiß ist geil es gibt aber heiß und heiß also es unterschiedliche heißt es hat sich der sauer umher so das muss ich jetzt schon mal ich glaube es ist ungefähr drei vier tage her also das müssten jetzt theoretisch welche nach das war uns sein okay also hier können wir nicht drum herum aber es will nicht so bannig heiß so funktioniert groß konkurrentes jahre aus sie ist das ist so einen grünen schimmern hier war das schon ja 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 ich habe so eine blöde marienkäferlarve gerade aufgeschrieben ja also so ist so ja ja komm herrnach hin ja kannst du vergessen mit deinem scheiß stein freund nimm dies kommt schon kommt schon also mich wird interessieren ganz ehrlich das besonders wenn man die hier auch braucht wie viel schaden macht hier so eine bombe so eine haftbombe gut okay ich gucke das gar nicht so viel gewesen wir machen wieder gerade mehr schaden ja gestern oder die haben das noch was hinzugefügt ja schon ist natürlich möglich und gleich noch ein und so schon mal im voraus was trinken tun wo gerade dabei sind genauen schluck kaffee gute idee ja du brauchst einen arzt dringend das war so unnötig ich bin voll ja ich brauche ich aber keine arzt mehr naja gut na gut nehmen wir es einfach mal so hin du brauchst du eh nicht voll die hat noch ein stückchen gefehlt ach das stückchen da mein gott und mein nächstes nachform war da nicht in die richtung war da nicht um lass mal hier gucken lass mal hier gucken ja und durch mein arme lässt sich ich habe was gefunden so ein scharfes ding bumms kommt sich aber direkt sagt wie kommt man da hin irgendwie über die wurzel hast du gehört so ein scharfer brocken ist hier ich habe hier eine puppe wenn ich die einstecke und mitnehmen die schlüpfe nicht zwischendurch oder nein die muss mit der axt verprügeln die brauchen wir auch ja ja darum hat so ein schabier ausgefunden die christian mit den nomaden fallen nicht tot mit einem schoss jeder gibt es nur ein stück von sondern das wie lässt naja gut ich meine eigentlich macht es Sinn ist ja nur eine hinter dir ist noch eine pappe hinter mir da ist keine ach doch da ja 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 kommt trifft 2 glück gehabt vier stück habe ich ja ich hole mir mal hier nichts an und hier ist minze minze die schaufel habe ich dabei oder nicht na klar so was ich mich frage eine frage ob man sehen spinneneiern hier ja auch diese kiefer teile sind die neuen ich mache es probiere es einfach aus würde ich sagen und teile deine erfahrung mit das war fliegen für eine ecke gepackten marienkäfer kopf so da oben müsste das sein machen wir die auskommen dann hin oder ich schreibe hoch ich kann ihn schon sehen nein 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 hier runter rutscht ja gut okay das war jetzt doof und 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 das geht nicht nochmal von vorne ich will das haben verdammt nochmal nö was nö keine neuen vier man da na gut wie viel hast du jetzt zerkloppt 6 ok na gut dann ist die wahrscheinlich nicht so hoch zumindest kommt leute das muss auch möglich sein laut zu kommen ich komme das auch immer näher doch ich habe ihn ja es geht also so so ist hier noch einer verdammt gut dann muss ich mal fix mal ein gleiter aus meinen neuen hier da funktioniert das nämlich auch da kommt auch ein gleiter wahrscheinlich ich hier sehr gut ja runtergefallen ist auch nichts waren nur drei schade hm hm ok drehspinne da habe ich jetzt keinen nerv drauf ehrlich nicht bist du auch nicht warum retten jetzt bin brauchen wir eh nicht hm stecken wir noch ein bisschen quasi ein auch immer schön brauchen tun wir das ja sowieso reichlich oder ja klar ja quasi batzen ach übrigens meine karte ging ja gestern nicht so richtig dann gucke ich doch gleich mal ob die karte wieder in ordnung ist ne nö immer noch nicht doch 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 das sieht ganz gut aus äh moment hä irgendwie sah die karte gestern anders aus hm definitiv ja marcel du bist so still du hast doch wieder irgendwas aus selber nicht mit sicherheit ich hatte nie was aus schon wieder eine puppen laufe ja kommt schon kann man jetzt hier noch hoch jetzt endlich hier ist irgendwo hier muss die pure wissenschaft auch noch sein ich versuche mich mal nach da oben aber ich glaube da ist nichts ja nicht und hier sehe ich auch keinen weg hoch dann nehme ich das kurz auch noch mit wenn das so ist na komm schon komm komm los mach ihn kaputt und und irgendwo muss hier die pure wissenschaft sein im prinzip stehe ich drauf oder drunter das wäre natürlich auch möglich drunter er nicht möglich steckt da wo steckt da wieder dieser sagt ach da hinten sagen du hast tatsächlich jetzt wieder oben rum wegen weil warum da ist ein zahn also auch schön also hier da oben ach ja richtig genau wo wissenschaft quatsch was erzählen da symbol ist ja für zahn genau ich würde sagen am besten wir gehen hier raus und versuchen einen anderen weg nämlich oben lang das sieht irgendwie leichter aus finde ich hinten ist auch noch mal münze hier ist aber noch mal münze was verrückt mich da jetzt gerade oh ey oh 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 ich habe keinen bock auf münze fuck warte mal wo bist du hoch ich glaube da oh man alles voll mit den dingern ja ja ich bin weg tschüss man 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 muss sich nicht immer rum moppen hier mit dem ganzen Viechzeugs das echt nicht ich weiß jetzt nicht wo der zahn ist obwohl ich in der nähe bin komm mal zu mir bei dem der müsste weiter oben liegen da bist du glaube ich nicht richtig das einzige weg aber hin bin doch richtig gewesen ok sehr schön ach dann liegt der handschuh mein milan jetzt falsche fahrrad das wollen wir nicht so wirst du es sind ich bin hier oben raus los was soll ich gucken ja jo ping sieht gut aus ping sieht gut aus war nur vorhin so ein kleines bisschen aber ich wollte auch für karte gucken wo ich hin muss ja dann können wir eigentlich auch in den termitenhübel heute rein obwohl nicht dringend nein machen wir den nächsten folge wie suchen kurz hier vorne nochmal nach nachsorn ja dann sollten wir hier in die gegend weil da ist der tisch aber je nach den zahn ja was dieses woran müssen aber hier lang damit wir hochkommen jo jo das machen wir aber nicht jetzt sofort ok so wo lang jetzt hast du mir auch klingt so genau das wollte ich ich gucke in die richtung dann ist man lang müsste funktionieren das heißt noch mal auf jeden fall zu bürgen ok denk an die zeit denk an die zeit ja musst du dann denken ich auf jeden fall deswegen machen wir uns jetzt auf zum tisch müssen wir immer so einen termitenhügel warte mal nö 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 ich bin unten drin hast du nicht gehört der gleiter kam nicht raus gehört wir haben doch keine zeit warum hast du sowas ich weiß auch nicht irgendwie den drang danach so was nerviges sieht schon gar nicht so schlecht aus auch man 5 milch molare und bier mega wäre noch gut ein mega molar ja wäre noch gut ja theoretisch aber da müssten uns wie gesagt hochbauen ja und habe ich heute keine 99 haben wir auch nicht die zeit zu wir haben doch keine dass sie das wäre sie theoretisch warum nur vier stänger da was ist hier los da ist noch pure wissenschaft noch mal uhr wissenschaft und ein kaugummi er geht nur mit der schaufel ok na gut jedoch war ja richtig ich wollte ich komme jetzt kommst du auch gleich ich habe ja noch ein kaugummi gesichtet nämlich schnell damit ich da rüberkomme ich habe keine lust noch mal ins loch zu fallen nur also kommt das muss gehen klar ja ob bei nah also was denn so was du so werden sonst erfahrungsgemäß immer ich ich glaube ich überlebt das ja wir haben schon wieder dunkel aufpassen ja nicht aufpassen die aufpassen recht so schön dass du schon da oben bist ja 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 du kommst du dich aus dem hintern das geschafft wo war doch gleich die stelle wo ich hochkomme hallo bleibt einfach da wo du bist wieso das ist schon richtig waren also so ach neul so also ich habe ich habe hier durch ok ich habe nichts verdammt ja 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 bin durch hoffe ich brauchen keine terminen für den hammer guck mal nach moment so ich schaue nach herstellen okay was brauchen wir schwarzer nass und käfer horn schwarzer nass und käfer teil und puppen leder da habe ich leder sowieso nicht wahrscheinlich puppen haut fünf stück ich habe auch noch so moment wo bist du ich habe im inventar vielleicht nachgeguckt dann war ich nebenbei jungen alle ja genau 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 wo haben wir noch später da haben noch später zusammen ist also auch schon splitter nebenbei ok ja da sind übrigens hier sind übrigens auch noch welche also hauen tue sie ob ich platz habe weiß ich nicht jetzt bin ich vor und ich muss noch schnell was trinken kommt jetzt drauf ist alles runtergefallen naja nicht alles aber einiges da ist auch eine wissenschaft auf da kannst du aufgreifen auf den hier vorne das leuchtet ja auch schön das ist ja auch schon window it's yes was willst du jetzt mit dem wir wollten auf den tisch da ja dann lassen wir das mit dem tisch für die nächste folge wenn die ja zu lange dauert ja termine großer ja 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 das mit dem tisch ja müssen wir den speichern wie hier gleich der trödel max man mann mann ein trödel max ich könnte mir vorstellen wenn ich von dahinten springen gekommen mit dem gleiter sogar dahin dann gucken wir uns das doch mal an was er da gerade treibt gut mega mich mal unsere zuschauer sehen nichts es ist dunkel digger aber was soll ich sagen er möchte ja nicht also leute damit es nicht so ist dass ihr hier wenig bis ganz gesehen habt dann würde ich sagen machen wir für diesen moment hier erst mal ein ende dann freue ich mich aufs nächste mal dann starten wir hier wieder durch allerdings im hellen am tag also also leute bis zum nächsten mal ciao